So, äh, das sieht echt aus, wenn ich so von vorne gucke, sieht es aus wie ein Käfer, aber Käfer gibt's nicht. Krug, Stern, Schuh, Kleeblatt, Kelch. Warum gibt's denn die einfachsten Dinge nicht, wie Käfer, Wurm, Vogel ist es auch nicht, Torte auch nicht, Uhr, Vase, Würfel. Nee, da müsste ich jetzt wieder echt zum Rechner rennen und so alles, hab ich jetzt keine Lust drauf. Aber wenn ich jetzt Wurm sage, ist auch doof. Nehmen wir einfach hier Geweih, weil das hat ja ein Geweih dran, nehmen wir einfach Geweih, was haben wir denn, Geweih, Geweih. Das passt ja wieder typisch zu mir, was Geweih für mich bedeutet. Unglück in Liebe, Unglück in Liebe, das passt ja mal wieder voll zu mir. Juhu, ich hätte, wenn ich Wurm genommen hätte, wäre genau das nächste gekommen, kaum Erfolg zu erwarten. Ja, ich belaste das jetzt einfach mal so der Dinge, die da kommen und würde sagen, wir machen eine kleine Pause, ich brauche nämlich was zu trinken auf den Schock. Chips erstmal, ist es. Dann geht der liebe Reflex sich doch mal eben was zu trinken holen und dann ist er gleich wieder da. Bis gleich. So, dann bin ich wieder. Willkommen zurück zur Let's Play Live Show Silvestergala. So, Tischfeuerwerk. Habe ich nochmal zwei besorgt, die schon einfach dabei sind. Moment. Geht sofort weiter. Yeeey. Hui. Oh. Wo ist es hin? Oh, es war ein Blümchenring drin. Oh. Mit Ventilator. Erstmal umtun. So. Mach mal den nächsten auch noch direkt. Dann haben wir hinter uns hier alles. Das will nicht. Geh an, du Sau. Oh, jetzt aber. Jetzt. Oh, jetzt. Oh, oh. Vorsicht. Hui. Boah, stinkt das hier in der Bude. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo es hingeflogen ist. Hallo? Warte mal, hier liegt noch was? Warte mal, hier? Äh. Hier? Ne, das ist es auch nicht. Was? Alter, die Bude, die sieht aus. Das ist mir so egal. Ähm. Okay, da waren diesmal keine schönen Sprüche drin. Egal. Kommen wir wieder zum Thema. Gucken. So, Moment. So, ich muss mal eben hier den Wasserkilch mal eben hier so ein bisschen umplatzieren. So. Und, ähm. So, wo? Jetzt darf ich fahren. Äh. Wenn, oh, Entschuldigung. Ich muss die Kamera ändern. Huh. Yo. So. Jetzt darf ich hier. Alter. So, warum herguckst du vor der, vor der, äh, äh, Glotze? So, einfach so. Weil ich Let's Play Live Show für euch da bin und, und, äh, ich hab gesagt, ich mach mal ne Silvestergala. Dies Jahr. Alter, die Karre ist viel zu schnell für mich. Hui. Ja, Stößchen. Mh. Mh, lecker. Hobby Wuppel Kindersekt. Ach, wisst ihr was? Ich schmeiß gleich einfach die Musik an. Das ist mir so egal. Den Jux. Ja, einfach vorbei. Einfach mal kurz. Äh, äh, äh. Kann man hier Leute einladen? Geht das? Je mehr, desto besser. Den kann man dann alles einladen. Geht das hier? Profil ansehen? Ne, Moment, ich will nicht Profil ansehen. Nein! Hier, falsch gedrückt. Wie kann ich denn hier Leute einladen? Geht das? Der Hörst. Der Hörst. Der Hörst. Online, Moment. Spieler. Da, Spieler. Ach ne, da steht, ah ne, Freunde. Moment, Freunde. Hier kann ich bestimmt... Freunde werden heruntergeladen. Das klingt schon wieder so... Gay. So, vielleicht kann ich ja hier welche einladen. Warte mal. Optionen. Spielanladung senden. Doch, das geht hier. So, warte mal. Den Ninjux. Den kann man auch nochmal einladen. Ninjux. Einladen. Spielanladung senden. So. Jo. Bin grad dabei, irgendwelche einzuladen, die Jungs... Die Jungs haben. Die Lust haben. Vielleicht der Mev auch mal Lust hier. Spiel... Einladung senden. Hm. Der Rudi. Laden wir mal den Rudi ein. Spielanladung senden. Keine Ahnung, wer das ist. Ich lade einfach mal alle ein. Komm, egal. So. So, mal gucken, wer alles da gleich kommt. So. Ich darf wieder hier... Silent Auto fahren. Hui. Sorry. Was sieht denn das Auto von... Ich hab ne Partyanlader von Joker. Joker. Der soll lieber zu uns kommen. Wow. Ich hab mal eben in den... Darf ich mal bitte in die Party ein. Ja, ich kann mal eben in die Party einladen. Just a moment, please. Ähm, wenn das gehen würde gerade, ich... Die Playstation hängt. Nein. Häng dich jetzt nicht auf. Nein. Ich komm nicht... Ich komm nicht in die Party. Ich kann nicht in die Party eintreten. Ich kann nicht in die Party eintreten. Ist auch geil. Ich kann nichts machen. Moment. Just a moment. Nein. Ich kann kein... Ich kann kein einladen. Ich kann es nicht tun. Ich kann nicht in die... Party ist eh offen. Die Party ist offen. Also... Ist ne öffentliche Party. Ja. Ist ne öffentliche Party. Oh, sorry. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß nicht warum, aber ich... Was wär wo? Ja, ja, draußen. Aber im Auto geht's nicht. Ich probiere noch mal eben. Nein, ich komm nicht in die Party. Ich kann nicht... Ich kann nichts in der Party machen. Ich... Es lädt die Party einfach nicht. Scheißkarre. 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 So. Ne, ich kann echt nichts machen. Ich weiß nicht warum. Wie gesagt, ich komm nicht in die... Alle Party ist eh offen. Also von so an... Sollen wir eben die Lampe auswerfen? Äh, die Ampel. Zack. Na. Zack. So, alle grün. Zack. Na, ein bisschen höher. So. Zack. So, ihr habt alle grün. Ne, wie gesagt, ich kann leider kein in die Party... Aua. Kein in die Party einladen. Weil ich leider in die Party nicht mehr reinkomme. Ich weiß nicht warum. Es ist wieder ein tolles Playstation-Problem. Mal wieder. Boah. Haben die Bullen erstmal... Alter. Sind die Agro drauf. Stößchen. Gibt's denn sowas? Sowas aber auch. Raus da. Mann. Verzieh dich. So. Uh. Ich würde euch ja gerne in die Party einladen. Aber wie gesagt, es funktioniert leider gerade momentan nicht. Oh, Entschuldigung. So. Ich hab das perfekte Auto für das Wetter, aber das fährt... Gleich null. Das Auto fährt sich wie auf Seife. Ja, genau. Das hätte ich auch gekonnt, Reflex. Ich muss mich da echt mal mit befassen mit GTA. Erstmal so in Ruhe dann auch. Das war jetzt echt so eine spontane... Alter, dieser Ventilator-Ring, der ist voll cool. Ich werd's gleich nochmal ausprobieren. Wie gesagt, Party ist offen. Einfach mal suchen. Vielleicht Reflex-Party. So. HSV-Fan! Ja, das wünsche ich dir auch. Komm gut rein. Rutsch gut rein. Ja. Schön, dass du da bist. Ich freu mich sehr. Wie gesagt, ich werd wahrscheinlich... Nächst Jahr ist der Planung eine Capture-Karte. Und dann werd ich wahrscheinlich, so wie es aussieht, ein Let's Play Retro machen. Also ein Retro-Let's Play. Darfst du dich sehr drüber freuen. Billion! Läu! Aua! So. Und, ähm... Ja, das steht auf jeden Fall... Hallo? Wer schubst mich denn da? Da... Wieder ausgestiegen ist jetzt. Komm mal. So, zack. So, da hast du. So, um. Was? 9000 kostet die Karre? Versicherung! Das war teuer. Das gilt nicht. Na. Komm mal hier. Komm mal hier. Wie! So. Guck mal. Feuerwehr ist auch schon da. Hey Jungs. Alles klar. Wo wollen die hin? Ich warte jetzt erstmal auf den Bus. So. Und zertrümmer hier die Scheiben. Wie jeder andere Ochse hier. Ja, wie in echtem Leben auch. Da gibt's ja so Idioten, die zertrümmern einfach mal die Glasscheiben in real life an den Bushalt stellen. Das sind Leute, die einfach nur Langeweile haben. Ja? So. Die sollen lieber mal arbeiten gehen, dann haben sie keine Langeweile. So. Hm. Wer schießt? Na schon. Bäh. Weg hier. Oh, ne Telefonzelle. Ich ruf mal eben meine Mama an. Hallo. Wieso komm ich hier nicht rein? Ähm. Scheiß Telefonzelle. Alles wird teuer. Alles wird teuer nächstes Jahr. Scheiße. Wieso schießen die auf mich? Ich hab dir nichts getan. Oh cool, Parkhaus. Das ist so ein geiles anderes Spielerlebnis mit Ego Perspektives. Irgendwie sehr geil. Ihr kriegt mich nicht, ihr Affen. So. Es ist sehr gut, einfach über die Autobahn zu... Einfach über die Autobahn zu laufen. Das macht man heutzutage so. So. Ich hol nur eben silent ab, wenn ich da noch umzukomme. So, wo ist er denn? Da. Magst du einsteigen? Ja. Steig ein. Steig da ein. Hallo. Steig da ein. Entschuldigung. So. So. Auf ein neues Jahr. Let's Play Live Show. Unglaublich. Aber wahr. Was sagt eigentlich die Uhr? Die Uhr sagt 22.26 Uhr. Mein Gott, nee. Unglaublich. So. Anderthalb Stunden. Ne, oder? Ja. So. Wie. Wie. Äh, wah, das ist zu schnell. Das ist viel zu schnell für mich. Oh. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Geh weg da. Oh. Das, das, das wollte ich nicht. Das, die stammt da rum. Prost. Meine Güte. Ich sollte vielleicht nicht beim Fahren trinken. Das ist nicht gut. Äh. Ich seh so gut wie gar nichts. Uh. So. Die Sitzung ist nur für Freunde. Äh. Hast du die Sitzung nur für Freunde eingestellt? Ah, okay. Ja gut, dann funktioniert es natürlich nicht. Ich wollte sowieso mal ein neues Spiel aufmachen. Ich muss mal gucken, wie stellt man denn, wie macht man denn ein eigenes Spiel? Okay. Dann mach ich das jetzt mal. Dann mach ich jetzt mal so ne, so ne, so ne, so ne, so ne, gar nicht öffentliche Lobby, aber so für, für, für mehrere. Machen wir das mal. So. Online. Ja, ja, klar. So, online verlassen. So, währenddessen werd ich mal hier mal eben ganz minimal mal ein wenig Musik anschmeißen. Hilfe! So. Ich hoffe, die Musik hört man nicht. Äh, jetzt geht das auch noch los. Optionsmenü. So. Story kenn ich ja schon. Online. So, ich muss jetzt, wie war das gewesen? Online spielen. Genau, auswählen. Und dann, achso. Geschlossene Sitzung, Crew-Sitzung oder geschlossene für Freunde. Oder Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Genau, nur für Spieler mit Einladung. Machen wir mal. So. Ach, mach doch nix. Nen Jux. Mach doch nix. So. Wiii. Dieser Ventilator, äh, huch. Dieser Ventilator, äh, äh, Ring ist der Hammer. Er kommt auf solche Ideen. Haben bestimmt kleine Kinder in Japan irgendwie entwickelt. Ich hab da voll Spaß grad mit. Hey, Gizmo. Hallo. Magst du nicht mal Hallo sagen? So, jetzt muss ich mal gucken. Wie kann ich denn jetzt hier einladen? Wie geht das denn? Achso, Freunde, ne? Genau, Freunde. Freunde. So, Moment. So, wo haben wir's denn hier? Ähm. So, Einladung senden. Rechtschreibfehler hab ich übrigens auch auf meiner Liste. Ja, ist auch ein Spieler. Das klingt komisch, aber ist so. Ähm. Ja, das wird jetzt echt ein... Bin ich jetzt blind? Wo ist die Ninjux? Hab ich schon was mit Augen? Ach, da oben. So. Elite-Socke haben wir auch noch. Killer-Lady, aber die ist, glaube ich, nicht online. Achso, da haben wir einige was geschrieben hier. Ich kann mal eben kurz gucken, ob die Party funktioniert. Hey, ich komm immer noch nicht in die Party rein. Wie geil ist das denn? Cool. Ich kann nur mal die Nachrichten lesen. Wie cool ist das denn? Geil, Playstation. Geil, Sony. Vielen Dank. Vielen Dank für so, ja, hilfreiche Funktionen. Die nicht funktionieren. So. Ähm. Was hat sie denn? Ich hab doch gar nicht auf sie gezielt. Nee, 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 nee. So hat er aber auch. So. Dann schauen wir mal. Also. Matriweather war doch noch die Dings gewesen, ne? War da nicht die Versicherung war Dings gewesen, ne? Ähm. Die Morse Martial Industries, ne? War da glaube ich die Versicherung, ne? MMI. We expect the unexpected. I can do that. So viel Kohle hab ich gar nicht mehr. Elite Soccer ist mein Account, ne? Ja. So, Mechaniker. I'm on the clock. What you want? Some wheels? So. I'm bringing it to you. Womit färts ich's besser im Schnee, als wie mit deinem Buggy? Ja, oder Supersportwagen, genau. Das ist es auch. Huch. Ja, das wünsch ich mir da auch, HSV-Fan. Äh, wurde jetzt mein Auto hingebracht? Ach da. Bleib hier. Entschuldigung. Wart denn? Willst du mit mir prügeln oder was? Du Opfer. Du, du verrückte Mongo, geh. So. So will der Freundschaften fragen. Erstmal vielen, vielen Dank. Ja, kommt alles. Nehme ich alles an, sobald ich da Zeit für habe. Puhu. Hast du den auch? Der war damals in diesem Beach-Pack dabei, wie dieses Beach-Update kam. Sogar unter der Straße ist Schnee, natürlich. Das stimmt, man kann ja im Internet gucken, genau. Ich wollte ja auch mal wieder ins Internet mal gehen da und mal gucken wegen Autos. Es gibt ja neue, neue Fahrzeuge. Die kenne ich ja selber noch gar nicht. Wenn ich schon einmal mal dabei bin. Schick, 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 schick. Wahnsinn. Viele neue Autos dazugekommen. Unglaublich. Es gibt den Menchie sogar zweimal. Achso, als Cabrio. Ah, ja. Paddle to the Metal. Das sind Fahrräder. Hey, geil. Teil der Festival-Surprise. Cool. Ach, hier auch Festival-Surprise. Okay. Und Smart. Ich werde bekloppt. Geil. So. Gucken wir mal, was haben wir noch da? Hipster. Okay, Teil des Hipster-Updates. Jetzt habe ich... Also einige Fahrzeuge habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Damals auch für der Playstation 3. Genau. Was ist das denn? Bitte, Alter. Was ist das denn? Das... Das... Kann ich das kaufen? Habe ich so... Ich habe, glaube ich, nicht so viel Kohle. Ich glaube, ich nehme sogar einen... Du hast nicht genug Geld. Ja, äh, nee, möchte ich nicht im Store gehen. Nein, ich habe nicht so viel Geld. Ich sollte vielleicht mal irgendwie mal Geld schaffen. So, irgendwann mal. Mal wieder. So. Äh... Wer ist denn jetzt? Achso. Huiiii. Huiiii. Oh. Das, äh... Mh. Ist ja Wahnsinn. Es ist schon wieder Nacht. Achso, könnten wir eigentlich mal machen, ne? Lass uns mal hier... Hier so hinstellen. Warte mal. Ne, äh, Moment. Ich muss mal eben auf die Karte gucken. Just a moment. Na, wo war die Karte? Da war die Karte. Ähm. Und zwar... Lass uns mal da treffen, bitte. Seht ihr das auch? Wahrscheinlich nicht, ne? In Santa Monica Pier. Fahrt mir einfach hinterher. Genau. Machen wir mal für die Zuschauer mal was Besonderes jetzt hier. So, rechts abbiegen. So, die... Äh. Alter, das geht gar nicht. Auf Schnee fahren. Links die nächste, bitte. Kalaus, 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 uah. So, die nächste... L-l-l-l-links. Na, was, was zieht der denn in mich? Alter, warum zieht der einfach in mich rein? Ist denn sowas möglich? Das gibt's doch gar nicht. So, Stößchen. Äh. So. So. So.